Das ist doch nicht mehr normal hier, ey. Beut. So, du bist jetzt dran, ey. So. Waren's das jetzt alle oder wollt mich jetzt kommen? Legt dich doch mit mir an, ey. Ich bin jetzt fertig mit euch. So, aus Wut. Ha. So. Jetzt werde ich die Papiere übergeben. Könnt ihr mich ihm helfen? Du bist doch stark genug. Na gut, ihr nicht. Aber du. Und sie haben Pässe. Unsere Freunde da hinten werden sich freuen. Kommen sie rein. Sie haben das Fieber. Meine Tochter auch. Wir haben die Arznei. Haben sie die Reisepapiere? Für die Kleinen tun wir das alles. Wird sein mit ihnen. Dankeschön. Und Mission abgeschlossen. So. Dann macht's gut. Guckt noch ein bisschen Wiederholfernsehen. Danke, Sir. Und ich werde da mal verschwinden. So. Wo laufe ich denn jetzt hin? Äh. Da ist noch einer. Ich glaub's nicht, ey. Oh. Das ist irgendwie ein Zaunproblem oder was, ey. Scheint so. So. Und ich werde jetzt abhauen. Jetzt, wie gesagt, mal schauen. Wohin? Ähm. Entweder mit dem Bus oder ich werde... Na doch, mit dem Bus. Am besten. Ja. Dann nehm ich am besten das Fahrzeug hier. Und werde auch gleich abhauen. So. Jetzt muss ich nur mal schauen, wohin. Welche Richtung jetzt genau. Ah, ich kann hier rumfahren. Also versuche ich, wo man zu benutzen. Oder? Oder auch nicht. Aber ich glaub, das geht. Ich will die Wüste ein bisschen fahren. Dann werden wir wieder zu meiner Heimatstadt. Jetzt werden wir diesmal einen Auftrag annehmen von der UFL. Ich hab das beschlossen. Ich hab das Gefühl, das sind alles APR-Jungs hier. Und aussteigen. Äh, aussteigen. So. Wieder schauen, wohin? Nein. Das brauch ich doch nicht. Nein. Also. Nein. Ja. Richtig. Annehmen. Äh. Das war doch ein schöner Ausflug. Ah, jetzt muss ich gerade ein bisschen gähnen. Naja, ist egal. Ich hätte ja mal Bock, das ganze Dorf da auszuradieren. Aber es geht leider nicht. Weil. Irgendwie immer wieder neue kommen. So, speichern und fortfahren. Gerne doch. So. Und dann werden wir uns mal den Auftrag von der UFL holen. Muss ich nochmal kurz schauen. UFL waren, glaub ich, die... Ach, ich schau einfach mal. Die haben ja genügend Plakate da. Werbung. Muss ich jetzt mal schauen. Das ist die... Was ist denn das denn für welche? Allianz Populär. Also die APR ist das hier. Ach komm, weißt du was? Hä? Geht gar nicht. Da muss ich doch rüberlaufen. Ihr Schweine. Schweine. Aber ich schieße jetzt lieber nicht. Da ist die Tür. Okay. Genau. Her mit dem Zeug. Bitteschön. Ja, wieder befummelt. Oh, ja, da unten. Da bist du genau richtig, mein Junge. So. Und da werden wir am besten gleich mal... Medizin noch mitnehmen. So. Das ist obszön. Sie nehmen das Gold und uns bleibt nichts. Wir sollten das sein. Der alte König kam zu uns. Da streiten die sich wieder um. So. Sie haben es der APR gezeigt. Und jetzt? Wir halten Sie nicht auf. Verstanden? Gehen Sie zur Oase, töten Sie die Wachen und schicken Sie uns mit dem Handy die Position. Das war's. Dankeschön. Niemand weiß davon, ist das klar? Die UFLL wird ohne Zögern auf Sie schießen. Sie sind allein. So. Und jetzt muss ich zur Oase und muss da ein Foto machen von irgendwas. Aber wir speichern am besten nochmal. Vorher ist immer besser. So. Und ja, da würde ich sagen, werde ich mich jetzt mal hinlegen. Am besten hier drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.